Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zum siebten Teil meiner Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESPHome? Nachdem wir uns im letzten Teil die Binary-Sensoren etwas näher angesehen haben, möchte ich mir im siebten Teil heute mit euch zusammen die Analog-Sensoren genauer anschauen. Analog-Sensoren haben im Unterschied zu Binary-Sensoren, die nur an oder aus kennen, die Möglichkeit uns verschiedene Werte zurückzuliefern. Konkret heißt das, der D1 Mini zum Beispiel, der kann am A0 Spannungen zwischen 0 und 3,3 Volt messen und darauf basieren eben auch die Sensoren. Diese liefern uns auf ihrem Data-Pin eben eine entsprechende Spannung zwischen 0 und 3,3 Volt und je nachdem wie hoch die Spannung ist, die uns der Sensor liefert. Dementsprechend erhalten wir auch einen unterschiedlichen Wert am A0. Als Beispiel für das heutige Video habe ich mir hier so eine Fotodiode bereitgelegt, also einen lichtsensitiven Widerstand. Das heißt, dieses Bauteil ändert seinen Widerstand zwischen den beiden Pins entsprechend davon, wie viel Licht hier oben auf der Oberfläche einfällt. Den schließen wir gleich mal am D1 Mini an und dann schauen wir mal, wie nutzen wir das Ganze im ESP Home, was muss ich dabei beachten und wie bekomme ich dann unseren Sensorwert nach Home Assistant. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du 10 zweilagige Platinen für nur 5 Dollar. Als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht es jetzt weiter mit dem Video. Im Büro angekommen, legen wir jetzt auch direkt los und zwar gehen wir nach ESP Home und legen uns als erstes ein neues Gerät an. Wir nennen das Ganze Analog-Sensor-Test. Als WLAN-Zugang trage ich jetzt nur Dummy-Werte ein. Bei der Bordauswahl sagen wir jetzt hier wieder Skip this Step und wählen ein spezifisches Board. Wie immer bei mir jetzt den D1 Mini, bestätigen mit Next und haben unser neues Gerät erzeugt. Hier gehen wir jetzt direkt in den Bearbeiten-Modus, entfernen die Kommentare, korrigieren hier noch die WLAN-Zugangsdaten mit meinen Secret-Werten und legen jetzt los mit unseren Analog-Sensoren. Ich klicke zuerst hier einmal auf Speichern und als erstes schauen wir uns jetzt einmal an, wie die Syntax für die Analog-Sensoren ist, damit wir auch wissen, was wir hier in unserem Programm überhaupt eintragen müssen. Gehen wir dazu einmal auf die Startseite von ESP Home, wechseln hier oben in das Suchfeld und suchen einmal nach Analog-Sensor. Und hier finden wir an zweiter Stelle Analog-to-Digital-Sensor. Den wählen wir aus und haben jetzt hier auch direkt unser gewohntes Beispiel. Einmal die Anzeige im Home Assistant und einmal unser Code-Beispiel. Wie eben schon erwähnt, die Analog-Sensoren liefern uns die aktuelle Spannung, die an unserem analogen Pin gemessen wird. Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen runterscrollen, dann sehen wir hier noch eine Notiz und zwar eine Information zum ESP8266, um den es bei dem D1 Mini zum Beispiel ja auch geht. Und zwar misst dieser Spannungen im Bereich von 0 bis 1 Volt. Unsere GPIO Pins arbeiten zwar mit einer Spannung von 3,3 Volt, aber der D1 Mini hat einen Spannungsteiler integriert, der dann dafür sorgt, dass eben der ESP, der nur noch mit 1 Volt arbeitet, eben entsprechende Spannungen nur noch von 0 bis 1 Volt abbilden kann. Das heißt, wenn wir jetzt in unserem Sensor Werte bis 3,3 Volt haben möchten, dann benötigen wir wieder Filter, die wir auch schon im letzten Video kennengelernt haben. In dem Fall ein Multiplizierungsfilter, der eben das Ergebnis, welches zwischen 0 und 1 liegen kann, noch einmal mit 3,3 multipliziert, wodurch wir dann wieder einen Ergebnisbereich von 0 bis 3,3 Volt erhalten. Das schauen wir uns natürlich jetzt auch Schritt für Schritt in diesem Video einmal an. Beginnen wir aber erstmal wieder damit und schauen uns die Attribute an. Die Attribute dieses Analog-Sensors sind ähnlich wie die des Binary-Sensors. Wir haben erst einmal die Plattform. Diese lautet in dem Fall ADC, also Analog to Digital Sensor. Als nächstes haben wir wieder die Angabe, an welchem Pin unser Sensor angeschlossen ist. In dem Fall ist das der A0. Der D1 Mini besitzt ja eh nur einen analogen Eingang. Von daher haben wir hier gar nicht so viele Möglichkeiten. Wenn ihr aber andere ESPs verwendet mit mehreren analogen Eingängen, dann habt ihr natürlich hier auch die Möglichkeit, mehrere dieser Sensoren anzulegen. Da ich jetzt in diesem Video einen D1 Mini verwende, haben wir diese Möglichkeit nicht. Das heißt, wir werden uns auf einen einzigen Sensor beschränken. Beim Pin können wir natürlich auch wieder alternativ zum A0 den GPIO17 angeben. Wie schon in den letzten Videos erwähnt, ich bevorzuge eigentlich die Schreibweise A0, weil man dann nicht mehr groß überlegen muss, welcher Pin denn wirklich dahinter steckt. Bei der Pinangabe vielleicht noch eben erwähnt, ihr habt hier neben dem A0 auch die Möglichkeit, die anliegende Spannung am VCC-Pin zu messen. Diese Spannung sollte in der Regel um die 3,3 Volt liegen. Dabei Achtung, es ist nur möglich, einen der beiden Sensoren zu verwenden. Heißt, entweder ihr verwendet den A0 oder ihr verwendet VCC. Wenn ihr beide Pins gleichzeitig in einem Projekt definiert, sorgt das in der Regel für ungewollte Abweichungen der Messergebnisse. Als nächstes Attribut haben wir hier noch den Namen. Auch dieser ist wie der Pin ein Pflichtparameter. Dabei handelt es sich um einen String, also einen Text. Und das, was wir hier als Namen eintragen, das ist auch hinterher der Name unseres Sensors im Home Assistant. Der nächste Parameter hier in unseren Attributen ist Attenuation. Korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Dieser ist optional und nur für den ESP32 relevant. Hierüber können wir den Messbereich angeben, denn der ESP32 ist eben nicht zwangsläufig auf 1 Volt maximale Spannung limitiert. Schauen wir uns das einmal kurz an. Hier sehen wir, wir haben eben mit dem ESP32 die Möglichkeit, auch mehr als 1,1 Volt, was der Standard des ESP32 wäre, zu messen. Dafür können wir hier einen dB-Wert angeben. 0 ist der Standard und würde einem Maximum von 1,1 Volt entsprechen. 2,5 dB eben 1,5 Volt, 6 dB 2,2 Volt und 11 dB wäre das Maximum 3,9 Volt. Das nur mal am Rande erwähnt. Dann haben wir noch den Parameter Update Intervall. Dieser steht standardmäßig auf 60 Sekunden. Darüber geben wir an, in welchem Intervall unsere Sensorwerte aktualisiert werden sollen. Dann wieder die optionale ID, auf die ich auch weiterhin nicht eingehen werde und alle anderen Optionen von Sensor. Auch da werfen wir einmal kurz einen Blick hinein. Und zwar können wir bei unseren Sensoren einmal Unit of Measurement angeben. Das ist die Einheit, in der unser Wert angezeigt werden soll. Hier im Beispiel, also zum Beispiel Grad Celsius. Unit of Measurement ist optional und es handelt sich um ein String. Das heißt, wir können hier jeden beliebigen Text als Einheit hinterlegen. Hier oben im Beispiel sehen wir als nächsten Parameter das Icon. Das heißt, wir können hier für unseren Sensor direkt festlegen, welches Icon wir bei unserem Sensor verwenden möchten. Wenn ihr nicht wisst, welche Icons hier alle möglich sind mit MDI-Doppelpunkt, dann könnt ihr hier auf die Seite materialdesignicons.com gehen. Hier habt ihr die Möglichkeiten, nach diversen Icons zu suchen. Ich suche jetzt einfach mal nach Sensor und dann erhaltet ihr hier unten diverse zur Verfügung stehende Icons. Ihr könnt zum Beispiel auch nach Window suchen und erhaltet dann eben entsprechende Icons für Fenster. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel als Name in dem Tooltip angezeigt Microsoft Windows. Wenn ich jetzt hier draufklicke, seht ihr auch nochmal hier oben den Namen Microsoft Windows. Und diesen Namen, den müsst ihr hinter MDI-Doppelpunkt hier eintragen, wo jetzt Water Person steht. Und dann würde eben das entsprechend auf der Webseite angezeigte Icon für euren Sensor verwendet. Dann haben wir auch hier wieder eine Device-Class. Auch hier haben wir wieder einen Link zu einer Liste, welche Device-Klassen uns beim Sensor zur Verfügung stehen. Und auch diese steuert wie beim Binary-Sensor aus dem letzten Video die Darstellungsart unseres Sensors. Standardmäßig steht dieses auf Generic Sensor, also None. Und dieser muss eben nicht gesetzt werden. Und hier seht ihr, haben wir wieder eine Liste an verschiedenen Klassen, die wir alternativ dazu auswählen können. Als nächsten optionalen Parameter haben wir die State-Class. Auch zu State-Class gibt es hier wieder noch einen Link zu einer Detailbeschreibung. Und wenn wir hier einmal schauen, sehen wir, es gibt aktuell zwei Typen, Measurement und Total Increasing. Bei Measurement handelt es sich um Sensoren, die einen aktuellen Zustand widerspiegeln. Zum Beispiel ein Temperatursensor oder ähnliches, der mir eben die aktuellen Messwerte liefert. Alternativ dazu können wir auch den Wert Total Increasing angeben. Hierbei handelt es sich aber eben nicht um einen aktuellen Messwert, sondern um eine ansteigende positive Summe. Hierfür ein Beispiel wäre der wöchentliche oder tägliche Wasserverbrauch. Da ich im heutigen Beispiel einen Helligkeitssensor angeschlossen habe, würden wir also die State-Class Measurement verwenden. Das Icon hatten wir ja schon. Dann haben wir als nächstes mit Accuracy Decimals die Möglichkeit, die Anzahl an Dezimalstellen, in der uns unser Sensorwert zurückgegeben werden soll, zu definieren. Auch die Sensoren haben wie die Binary-Sensoren auch die Möglichkeit, über Filters unseren Sensorwert noch zu modifizieren. Wie wir sehen, lieferten uns Sensoren andere Filtermöglichkeiten als Binary-Sensoren. Dann haben wir die Möglichkeit, unseren Sensor als Internal zu maskieren. Mit Internal, welches ein Boolean-Wert ist, der also nur True oder False akzeptiert. Können wir also angeben, ob es sich bei unserem Sensor um einen rein internen Sensorwert handelt, der uns nur innerhalb unseres ESP-Home-Projektes zur Verfügung steht, oder ob wir diesen Sensorwert auch nach außen weiterreichen möchten, also ob er uns auch im Home Assistant zur Verfügung stehen soll. Dann gibt es den Parameter ForceUpdate. Dieser erzwingt eine Aktualisierung bei Home Assistant, auch wenn sich der Wert unseres Sensors nicht geändert hat. Dieser Parameter ist relativ wichtig zu kennen, denn Home Assistant hat die Eigenart, wenn unsere Sensorwerte sich nicht ändern, dann eben auch kein Event zu zünden. Das heißt, dass dann auch keine Automatisierung auslösen kann, wenn unser Sensor einen neuen Wert liefert, sofern dieser sich nicht geändert hat. Aber hier wird zu Recht davor gewarnt, diesen Parameter zu aktivieren, denn das kann natürlich auch unser Log-File, also unsere Datenbank im Home Assistant drastisch ansteigen lassen. Und in der Regel möchten wir auch wirklich nur auf Sensorwert Änderungen reagieren, aber ich denke, es ist gut, die Möglichkeit zu kennen. Als letzten Parameter haben wir noch Disabled by Default. Wenn wir diesen Parameter auf True setzen, dann sorgt es dafür, dass unser Sensor nicht standardmäßig in Home Assistant aktiviert wird. Damit dieser Parameter funktioniert, benötigt ihr mindestens Home Assistant Version 2021.9. So viel erstmal zu den Parametern. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Und zwar kopiere ich mir wieder hier den Beispielcode, wechsle wieder zurück ins ESPHome und füge hier unseren Code einmal ein. Als Integration nutzen wir hier jetzt Sensor und darunter legen wir unseren entsprechenden Sensor an. Auch Sensor ist wieder eine Liste. Wir haben hier die Möglichkeit, mehrere Sensoren einzutragen. In unserem Fall beim D1 Mini haben wir natürlich keine Chance, einen zweiten Sensor anzuschließen, da wir eben nur einen analogen Pin haben. Aber theoretisch würde die Integration uns die Möglichkeit eben bieten. Heißt, Sensor ist wieder eine Liste. Unsere Sensor-Definition ist ein untergeordneter Eintrag zu der Integration Sensor. Also haben wir hiervor zwei Leertasten. Dann, weil es sich um einen Listen-Eintrag handelt, das Minus. Und dann definieren wir unsere Plattform ADC. Als Pin verwenden wir den A0 und als Name sagen wir jetzt hier einmal Helligkeit Test. Das Update-Intervall setze ich jetzt hier einfach mal auf 10 Sekunden, damit wir auch im Video etwas schneller auf Änderungen reagieren können. Ich sage einmal Speichern und wir installieren das Ganze einfach mal. Plug into this Computer, denn mein D1 Mini hängt gerade am PC, an dem ich sitze. Ich wähle den COM-Port aus und sage Installieren. Unser Programm ist installiert. Schließen wir also mal das Fenster und fügen die Integration hinzu. Da wir wieder keine Benachrichtigung erhalten haben, müssen wir unseren Sensor also wieder manuell hinzufügen. Das heißt, wir benötigen als erstes unsere IP-Adresse. Um diese zu erhalten, klicke ich hier einmal auf Logs. Wir verbinden Wireless und hier oben erhalten wir die IP-Adresse von unserem D1 Mini, also 192.168.5.160. Die kopiere ich mir jetzt einfach mal, sage hier Stopp und wir wechseln nach Einstellungen, Integration, sagen hier unten Integration hinzufügen. Ich suche jetzt hier nach ESP Home, wähle das aus und bei Host füge ich jetzt die IP unseres D1 Mini ein. Ich bestätige mit Absenden. Hier sehen wir auch nochmal den Namen Analog Sensor Test. Einen Bereich wähle ich jetzt hier mal nicht aus, sondern sage einfach Fertig. Da ist nun unser Analog Sensor Test und wenn wir da draufklicken, sehen wir ein Gerät mit einer Entität, denn wir haben auch nur einen Sensor definiert, binden wir diesen nun mal in die Oberfläche ein. Dazu gehe ich auf Übersicht in meinen Reiter Test, wechsel hier oben auf Benutzeroberfläche konfigurieren und füge eine neue Karte hinzu. Als Karte nehme ich jetzt einfach mal hier Entität, denn wir brauchen ja nur einen Wert und wähle jetzt hier unseren Helligkeit-Testsensor. Klicke mal direkt auf Speichern, beende den Bearbeiten-Modus und hier sehen wir jetzt den aktuellen Sensorwert. Wobei ich binde mal eben schnell noch wieder einen Lichtschalter ein. Nehmen wir hier mal einfach Schaltfläche und zwar den Lichtschalter fürs Büro. So, wir sehen jetzt hier einen Helligkeitsmesswert von 0,72 Volt. Umso heller es im Raum ist, umso größer sollte die gemessene Spannung hier auch sein. Da es gerade Tag ist und somit hier im Büro auch nicht gerade dunkel, ist der Unterschied wahrscheinlich nicht sonderlich groß, aber ich schalte jetzt mal das Licht ein. Dann kann es einen kleinen Moment dauern, denn der Sensor aktualisiert sich ja nur alle 10 Sekunden. So, aber jetzt sehen wir hier schon mal einen Anstieg auf 0,79 Volt. Wenn wir jetzt das Licht wieder abschalten, dann sehen wir, wechselt die Helligkeit auch wieder auf 0,72. Ich decke jetzt mal den Helligkeitssensor komplett ab und wir sehen, dann wechselt der Wert hier auf 0,05 Volt. Springen wir noch einmal zurück in die Dokumentation, denn wir hatten ja eben schon gelesen, dass unser D1 Mini ja nur einen Wert zwischen 0 und 1 liefern kann. Integrieren wir also doch jetzt einmal den Filter, damit wir hier schon einmal die korrigierten Werte zwischen 0 und 3,3 Volt erhalten. Ich kopiere mir dafür jetzt einfach das Beispiel mit dem Filter, wechsel wieder in unser ESP Home Programm und füge den Filter einfach mal hier am Ende ein. Hierbei müssen wir wieder darauf achten, dass das Stichwort Filters bündig mit den anderen Attributen von unserem Sensor hier in unserer Konfiguration hinterlegt wird, also vier Leertasten vor dem Wort Filters und dann nochmals bei Leerstellen weiter eingerückt, unseren Multiply. Denn bei Multiply handelt es sich um eine Untereigenschaft von Filters, also brauchen wir hier sechs Leertasten, dann das Minus und Multiply 3.3. Dieser Eintrag sorgt jetzt dafür, dass der gemessene Wert von unserem Sensor, der also zwischen 0 und 1 liegen kann, mit 3,3 multipliziert wird und das Ergebnis von dieser Multiplikation als Sensorwert ausgegeben wird. Das speichern wir mal und installieren das Ganze. Da unser Sensor online ist, können wir auch sagen Wirelessly. Unser Programm wurde auf dem ESP aktualisiert. Schauen wir jetzt noch einmal in die Übersicht. So, und jetzt sehen wir hier einen Messwert von 2,3 Volt anstatt 0,7. Wenn wir jetzt das Bürolicht wieder einschalten, sehen wir, steigt auch hier die gemessene Spannung auf 2,56 Volt an. Wenn wir jetzt das Ganze hier als Helligkeitswert angeben möchten, sagen wir mal als Prozentwert einer Helligkeit, dann können wir natürlich auch das machen. Schauen wir uns dazu nochmal die Sensorattribute etwas genauer an, und zwar die Möglichkeiten beim Filter. Den Multiply haben wir ja jetzt schon eingesetzt. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist die Möglichkeit, den Sensorwert linear zu kalibrieren. Das entspricht in etwa der Funktion Map, die wir vom Arduino kennen. Ich kopiere mir jetzt hier einfach mal dieses Beispiel, wechsel wieder nach ESPHome, gehe hier auf Bearbeiten und füge das mal unter meinen bestehenden Filtern noch hinzu. Er meckert jetzt hier, und das auch zu Recht, denn Calibrate linear ist ja jetzt eine Untereigenschaft von Filter, also muss dieser Listeneintrag hier auch bündig mit dem Multiplier stehen. Und diese drei Attribute, die sind jetzt ja eine Untereigenschaft von Calibrate linear, also müssen diese auch wieder noch um zwei Leertasten eingerückt sein. Und jetzt müssen wir unsere Kalibrierung der Sensorwerte noch genauer anpassen. Was bedeutet diese Angabe hier jetzt überhaupt? Wir haben hier einen Ausgangswert, das entspricht also unserem echten Messwert und auf der rechten Seite haben wir unseren Zielwert, also den, den wir in der Anzeige sehen möchten. Wir haben Messwerte von 0 bis 1 und wir möchten jetzt Werte von 0 bis 100. Das heißt, wir sagen jetzt hier einmal als Maximalwert 1 und sagen wir mal als Zwischenstufe 0,5 und diese Werte möchten wir jetzt aufgeteilt haben in 0 bis 100. Als Mittelwert trage ich jetzt hier einmal die 60 ein und das hieße, dass er den Bereich von 0 bis 0,5 gleichmäßig aufteilt auf einen Anzeigewert von 0 bis 60 und alle Messwerte von 0,5, die würde er gleichmäßig verteilen über den Raum von 60 bis 100. Das heißt, diese Variante arbeitet etwas anders als Multiply. Bei Multiply haben wir ja eine gleichmäßige Steigung und mit Calibrate Linear haben wir eben die Möglichkeit, unsere Sensorwerte über unsere Bereiche unterschiedlich zu verteilen. Installieren wir nun einfach mal die Variante und schauen uns das Ergebnis an. Die Installation war erfolgreich. Gehen wir also nochmal in die Übersicht und jetzt sehen wir hier eben nicht mehr einen Voltbereich von 2,5, sondern von 259. Das heißt, er hat jetzt unseren Messbereich von 0 bis 1 umgerechnet in den Bereich von 0 bis 100 und anschließend nochmal mit 3,3 multipliziert. Ich hatte aber ja gesagt, wir möchten einen Helligkeitswert in Prozent angeben. Heißt, der Multiplikator mit 3,3 ist in dem Fall jetzt störend. Also nehmen wir den noch raus und passen gleichzeitig auch noch unsere Messeinheit an. Wir gehen also nochmal in die Filter, entfernen jetzt hier unseren Multiplier, denn wir möchten ja jetzt nur noch Werte zwischen 0 und 100 haben. Und wenn wir nochmal in der Dokumentation schauen, hatten wir die Möglichkeit, mit Unit of Measurement unsere Einheit des Sensors anzugeben. Und das machen wir jetzt auch mal. Und zwar fügen wir hier Unit of Measurement ein und als Einheit wählen wir hier Prozent. Unit of Measurement ist wieder eine Eigenschaft von unserem Sensor selber. Also hier wieder genauso eingerückt wie das Wort Plattform. Und jetzt würden wir Werte zwischen 0 und 100 erwarten. Ich installiere das Ganze nochmal. Installation ist abgeschlossen. Unser Sensor ist wieder online und wir wechseln zurück in die Übersicht. Da ist unser Sensor auch wieder und jetzt sehen wir, wir haben eine Helligkeit von 80 Prozent. Wenn ich jetzt das Licht wieder ausschalte, dann sehen wir hier, haben wir nur noch eine Helligkeit von 71,3 Prozent. Ja, das soll es jetzt aber an dieser Stelle erstmal zu den Sensoren gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet mir vor allem im Bereich lineare Kalibrierung folgen. Wenn ihr diese Zuweisung nicht so ganz verstanden habt, schaut euch mal gerne mein Video zu dem Map-Befehl aus meiner Arduino Basics-Reihe an. Da erkläre ich im Detail, was es mit dieser Aufteilung und dieser Kalibrierungsart zu tun hat. Aber zum Thema analoge Sensoren soll es das erstmal gewesen sein. Ja, soviel erstmal zum Thema Analogsensoren in ESPHome. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen und ich habe nichts vergessen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant ESPHome, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und 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 diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch, abonniert direkt den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns direkt morgen im nächsten Video wiedersehen, denn da schauen wir uns einmal genauer an, wie man Benutzer, Passwörter und sonstige Secrets aus dem Code auslagern kann. Ich verabschiede mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Tschau!